ARD Text im Auftrag von Funk Ja, sorry, dass es so lange gedauert hat, bis wieder Videos kamen, aber ja, ich hatte irgendwie keine Zeit. Also, boah, wie soll man die kriegen da oben? Was ist denn hier überhaupt hin? Ah, da hinten. Oh. Goll. Nicht forschen. Oh, ich glaube, das ist nicht so praktisch. Wo sind denn die? Naja, ich hab dich doch gesehen. Ah, da hinten ist man aber, okay. Jetzt weiß ich's wieder. So, und... Wir waschen hier jetzt einfach mal durch. Äh, ja, ich hoffe, dass mein Mikrofon jetzt laut genug ist. Ich hab's jetzt nicht vorher ausprobiert. Aber ich denk mal... Jetzt müsste gehen. So. Ladebildschirm. Ladebildschirm. Ja. Ich bin grad in Österreich. Ja. Urlaub mit Familie. Aber, äh... Jetzt ist es nicht so wirklich was los hier. So, wir bauen uns jetzt hier eine Frücke hoch. Und ich brauch mehr Steine. Ja, ein bisschen Lego spielen scheidet ja auch nicht. Äh, so. Sinken zu frei. So. Äh, von vorne nehmen. Oh, gerade lebt's ein bisschen irgendwie. Sorry. Ich weiß, wir müssen jetzt verarschen. Oha. Also, äh, 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 äh. Ist grad ein bisschen scheiße. So. Scheiße, einer muss noch. Da liegt noch einer. Ja. Äh, 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 äh. Jetzt wird's taktisch mal wieder Geniass-mäßig. Oh, oh. Das ist jetzt brauche ich mehr. Muss ich mir aber hier davor noch so eine kleine Treppe machen. Und ich auf den Stapel draufkomme. Ich hab's noch nie. Hey, wir haben's geschafft. So, dann speichere ich aber mal ganz kurz, weil das war jetzt anstrengend genug. Und da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Wieder das nochmal zum... Oha, exakt. Umschraub, umschraub, babber. Der sieht nicht lieber aus. Schnell weg hier am besten. Rushen, rushen, rushen. Ja, der schießt auf mich. Hilfe! Ich bin dem Hilferes ausgeliefert. Rein hier. Ach. Geschafft. So. 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 Reinkommendes Spiel. Uh. Der hat ziemlich. Ach ne. Nicht schon wieder zur Teilnehmer. Wenn der theoretisch. Moment. Hier. Und dann. Lassen wir die mal fallen. Jetzt wissen wir ja theoretisch alle dauernd. Ach. Oh. Da weiß jemand wo ich bin. So. Jetzt sind wir hier drüben. Oh ne. Ja. Hier ist ein Explosionsfass. No. Premium. Oh doch. Ist das falsch? Oh. Das wird. Das wird. Das wird schon jetzt. Das wird schon jetzt. Und das geht's. Oh. Die Kiwi. Da tauschen. 波laus die Strecke es kann mir früher kurz sagen 9 Minuten immer schnell die Herren 6 Minuten 6 Minuten sagt die Stimme von hinten die Strecke Wilde Fisse. Übrigens, Tina Törners Titten Tanzen ist Flo, ne? Die hier bisschen Jace upload. Mein zweiter Account für Dota. Sein zweiter Account für Dota. Ja, wenn du mit dem Dota spielst. Wie bitte? Mit dem spiel ich Dota. Ja, hätte ich mir jetzt gedacht, wenn es dein zweiter Account für Dota ist. Jetzt haben wir noch Batterien. Nein! Boah! Ey, das wird immer voll hin, oder? Wilde Wichser, ey. Erstmal die Überblick. Boah, ich bin zufrieden. Blöder langzulaufen. Gib jetzt mal nichts an. Oh! Das ist jetzt natürlich praktisch. Ja, ja, danke. Den werde ich brauchen. Oh, da waren schon wieder so Viecher. Boah! Wichser, 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 wichser! Äh, wo die Nooks? Die kommt gar nicht. So. Kaching! Halleluja. mehr jetzt mit medikets und Munition ja ich bin gerade in Österreich die letzten Kräfte das es so gibt ich habe hier die Tür zu damit sie hinterher kommen können jetzt bin ich geguckt ob da noch was war aber da wird wohl nichts gewesen sein BAM BAM auf die Fresse nice ist das lustig ich bin ich bin ich bin ich bin das So und jetzt, da komme ich nicht durch. Was ist da drauf? Nein, ich war doch drauf. Oh, wo bin ich jetzt?